Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Vorgestern habe ich Fanpost erhalten und die werde ich jetzt in diesem Video öffnen. Ihr seht, diesmal ist es eine Fanwarensendung. Den Absender habe ich selbstverständlich zensiert, hier ist übrigens wieder meine Adresse zu sehen, also wenn ihr mir Fanpost schicken wollt, hier ist meine Adresse. So, ich bin gespannt, was da drin ist. Ich öffne es jetzt. Yay, da ist Luftpotsdam Folie drin. Jeaufel. So. ich hole jetzt das geschenk raus so mir wurde über chinesisches geschickt und zwar von samyang das zeige ich euch mal so das sind anscheinend chinesische nudeln und zwar hot chicken flavor ramen habe ich bis jetzt noch nie gehört vielen dank an ramses der dicke für dieses tolle geschenk so das war's jetzt auch wieder von mir ich hoffe euch hat dieses kurze video gefallen und bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt wartet noch